Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nur noch zwei Tage, dann steigt unser wichtiges Auswärtsspiel bei Union Berlin. Und bis dahin gibt es natürlich, vor allem auch von unserem Trainer Thomas Reis, noch einige Überlegungen, inwiefern die Startelf im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel verändert wird. Und genau darüber sprechen wir heute. Es gibt aber auch wichtige Updates zu Dries Wautas und auch Malik Chau. Denn unser ehemaliger Spieler hat sich mal so eine Chance auf dem Klassenhalt geäußert. Und es gibt eine ganz wichtige Neuigkeit zu Rodrigo Salazar. Warum er nämlich jetzt fix Schalker ist, erfahrt ihr auch in diesem Video. Und damit haben wir diese Themen und noch viel mehr bei den aktuellen Schalke News. Legen wir direkt mal los mit der Vorschau, wenn man so möchte, auf das Spiel gegen Union Berlin. Wir sprechen natürlich wie gewohnt nochmal ganz genau über die potenzielle Startelf. Das kommt dann als Video morgen online. Aber heute gibt es schon so ein paar Sachen, die man besprechen kann. Heute Nachmittag ist ja auch noch die Pressekonferenz mit Thomas Reis. Und schon jetzt gibt es so ein paar Startelf-Überlegungen, die die Bild-Zeitung mal aufgelistet hat. Und unabhängig davon, was ihr von dem Bild haltet, würde ich mal sagen, gehen wir die Vorschläge mal durch und analysieren so ein bisschen, was denn gegen Union Berlin gut passen könnte. Denn natürlich steht mal wieder, wenn es um eine potenzielle Startelf geht, Rodrigo Salazar im Fokus. Gegen Gladbach hat er ja gar nicht gespielt, weil eben auch dort Thomas Reis die defensive Stabilität einfach haben wollte. Gegen Wolfsburg hat er ja dann sogar durchgespielt. Laut der Bild war da auf jeden Fall aber das Fazit, dass er Entscheidendes jetzt auch nicht wirklich gebracht hat. Sprich, da sollte man schon eine Überlegung sein könnte, Rodrigo Salazar dann erstmal wieder von der Bank zu bringen. Denn Union Berlin ist ja eine Mannschaft, die sehr über das Umschaltspiel kommt, über eine gewisse Zweikampf-Power und eben auch über eine Effizienz. Und deswegen könnte womöglich Reis wieder eher auf die Stabilität im Mittelfeld bauen und Rodrigo Salazar rausnehmen, ihn dann als Joker bringen mit sehr viel Schwung und dafür Eda Balanta als Sechser reinrotieren. Meiner Meinung nach ist das auch auf jeden Fall eine Überlegung, die ich persönlich auch schon vor ein paar Tagen hatte, dass das auf jeden Fall so sein könnte. Weil gegen Union Berlin wird es glaube ich schon noch wichtig sein, erstmal wirklich in den Zweikämpfen da zu sein, giftig zu sein. Da könnte so ein Spieler wie Eda Balanta sicherlich nicht schaden. Und dann vielleicht, wenn man eben auch dann ähnlich wie in den vergangenen Spielen erstmal 0 zu 0 halten kann, im Laufe der zweiten Halbzeit Salazar bringen, als frische Option, als Spieler, der dann richtig Gas geben kann, fände ich sogar für dieses Match zumindest nicht verkehrt. Weil es halt auch wirklich meiner Meinung nach mit das schwierigste Auswärtsspiel überhaupt ist, welches wir jetzt doch so haben. Aber natürlich gibt es doch dann wiederum die Frage, was ist eigentlich mit Thomas Ovian? Der ist ja wieder fit, war unser Stamm-Links-Verteidiger in der zweiten Liga. Und ich bin immer noch der Meinung, dass er auch in der ersten Liga bei uns gesetzt sein muss, weil er einfach die höchste Qualität auf der Position hat. Ich weiß, auch einige von euch meinen immer wieder, defensiv ist er zu schwach für eine Viererkette. Mein Gott, er ist Profifußballer, er ist Außenverteidiger, der sehr offensiv ausgerichtet ist, der kann aber auch durchaus verteidigen. Und natürlich ist er offensiver als ein Chere Uronen. Der ist defensiv stärker, da bin ich auch vollkommen mit dabei. Aber natürlich wäre es mal eine Option, hier einfach mehr Offensiv-Power auf der linken Abwehrseite zu haben. Gegen Verl, das war ja unter der Woche das geheime Testspiel, durfte ja auch Ovian spielen. Und auch wenn das Spiel generell von unserer Mannschaft nicht gut war, war der Holländer dort einer der auffälligsten, hat das Elfmetertor gemacht, auch die sonstigen Standards geschossen, wonach es mal wieder etwas gefährlicher wurde. Und deswegen ist es meiner Meinung nach schon eine Option, Ovian auch wieder reinzubringen. Aber auch hier, Thema Stabilität, glaube ich persönlich, dass wir Ovian gegen Union nicht in der Startelf sehen. Fände das auch in dem Falle nicht verkehrt. Meiner Meinung nach muss Ovian auch in den nächsten 2-3 Spielen mal wieder eine Startelf-Chance bekommen. Gegen Union würde ich aber dann erstmal noch auf die defensive Viererre setzen, die wir es letzt gesehen haben. Ovian für mich dann eine sehr gute Option im Spiel gegen Stuttgart, ihn dann wieder zu bringen. Und eine weitere Frage ist dann noch, was ist mit Tim Skarke? Kann er spielen, kann er nicht spielen? Natürlich haben wir jetzt auch viele angerissen, dass er vielleicht gar nicht verletzt ist, sondern es einfach nur eine Vertragsklausel gibt, die es eben verboten hat, gegen seinen Stammklub aus Berlin zu spielen. Könnte natürlich sein. Es heißt offiziell, er hat eine kleine Verletzung am Fuß, würde aber auf jeden Fall gegen Stuttgart wieder fit sein. Sprich, wenn er nicht spielen lässt oder wenn er nicht spielen kann, dann wird wohl Marius Bülter von Beginn an spielen. Eben auch, weil die Konkurrenten Kenan Karaman oder auch Tobias Mohr aktuell nochmal mehr schwächeln als Bülter. Sprich, es kann schon sein, dass Reis 2-3 Spieler wechselt. Für mich Ballanta für Salazar durchaus realistisch, Bülter für Skarke wäre dann auch auf jeden Fall die logische Wahl. Eine logische Wahl hätte ja Dries Wauters wohlmöglich gerne im Wintertransferfenster getroffen, denn er wäre ja sehr gerne zurückgekehrt zu seinem Ex-Verein KRC Genk. Von dort haben wir ihn ja im Sommer 2021 geholt und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Dries Wauters ein Transfer war, der wirklich nie funktioniert hat. Es gab viele gute Entscheidungen damals in dem Transfersommer, eben unseren Aufstiegskader zusammenzustellen. Dries Wauters und Schalke, es hat ja nie gepasst. In der laufenden Saison spielte er ja auch, wie schon in der Rückrunde der vergangenen, für den KV Mechelen, aber dort, ja, kriegt er ja wenig Spielzeit und das hat sich eben auch nicht wirklich geändert. Aber, und zumindest das ist schon mal gut, Dries Wauters trainiert dort immerhin mal wieder mit der ersten Mannschaft. Im vergangenen Wintertransferfenster war ja ein Wechsel durchaus Thema, das hatten wir ja hier auch schon mal besprochen. Wauters wollte nämlich dort sogar sehr, sehr gerne in die zweite Mannschaft vom KFC Genk weiterverliehen werden, sprich, die Leihe zu Mechelen wäre aufgelöst worden, Schalke hätte ihn sozusagen weitergeschickt zu Genk in die zweite Mannschaft, aber das ist ja eben nicht passiert. Und dies lag wohl möglich daran, dass Schalkes Leihgebührenforderung zu hoch war für Genk, um eben dann Wauters in die zweite Mannschaft zu holen, was ich mir auch dann rein für den seltenen ganz gut vorstellen kann. Ich bin sehr gespannt, wie es generell mit Dries Wauters weitergeht. Bei Mechelen hat er gerade mal fünf Spiele gemacht von 25 möglichen. Er ist 26 Jahre alt, bei uns hat er noch einen Vertrag bis 2024. Ich glaube nicht, dass er bei Mechelen über den Sommer hinaus bleiben wird, auch wenn die eine Kaufoption haben. Aber ich sehe auch für ihn keine Zukunft auf Schalke. Und ich glaube, das geht euch Fans auch genauso von Schalke, dass auch wir generell alle sagen, Wauters und Schalke, das kann eigentlich gar nicht mehr passen. Selbst in Belgien kann er aktuell nicht überzeugen. Ich denke mal, dass es dann schon noch möglicherweise für ihn im Sommer dann für einen günstigen Preis oder vielleicht sogar ablösefrei zum KFC Genk gehen wird in die zweite Mannschaft, um sie einfach zu stabilisieren, um nochmal neu anzufangen und dann eben auch das Kapitel aus Schalkersicht endgültig beendet wird. Ein Kapitel, was ja im Sommer endgültig zu Ende ging, war ja das von Malek Chau als Schalker. Aber unser Eigengewächs verfolgt unsere Mannschaft auch weiterhin und hat das auch gegenüber dem SID im Interview bestätigt. Wenn wir nicht Parallelspielen oder Training haben, versuche ich immer noch so viel wie möglich von den Spielen anzuschauen. Selbstverständlich bin ich noch mit etlichen Jungs aus der Mannschaft regelmäßig in Kontakt. Malek Chau hat ja auch seinen Wechsel zum AC Milan bis heute nicht bereuen können. Jetzt auch in der Champions League im Achtelfinale eine sehr, sehr starke Leistung gegen Tottenham abgeliefert. Also mittlerweile ist er auch durchaus in Italien angekommen, nachdem er ja ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat. Und ich glaube, wir gönnen es ihm auf jeden Fall alle. Hat sich vollkommen sauber verhalten bei seinem Abgang. Da war ja gar keine Schmutzparole oder sowas mit dabei. Auch Schalke selber wollte ihn ja auch abgeben, weil man einfach sehr viel Geld für ihn bekommen hat. Und unser Ex-Spieler hat ja auch mal über den Schalker Klassenerhalt geäußert und glaubt auch durchaus noch dran. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass sie doch noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Ich traue es ihnen zu, dass sie nochmal eine kleine Serie starten können und dann wieder am 16. oder vielleicht sogar 15. Platz heranrücken können. Und natürlich ist das auch eine Hoffnung, die wir Fans sicherlich alle haben. Und auch hier immer wieder schön zu hören, dass unsere ehemalige Spieler wie in diesem Falle Malik Chau so positiv auch weiterhin über Schalke sprechen. Und nun sprechen wir mal über Rodrigo Salazar. Denn dort gab es ja auch hier bei den Schalke-News vor einigen Tagen das Update. Es sieht wohl sehr stark danach aus, dass Eintracht Frankfurt Rodrigo Salazar im Sommer nicht zurückholen wird. Es gibt ja eine Rückkaufoption für eben nur diesen Sommer und im Fall der Fälle könnte Frankfurt ihn für rund 4 Millionen Euro zurückholen von uns. Ein Vertrag wäre schon ausgehandelt. Er bekäme dort satte 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Aber dazu kommt es nicht. Denn Sport 1 hat nun offiziell bestätigt, dass Frankfurt die Rückkaufoption von Salazar definitiv nicht ziehen wird. Der Reporter hat auch nochmal die Bestätigung gegeben, der Ruhr-Nachrichten. Auch die hatten das ja gemeldet. Und er sagt, Salazar ist damit endgültig Spieler von Schalke 04. Ich denke mal, wir alle freuen uns darüber. Aber, und das glaube ich, wird jetzt direkt mal von einigen von euch kommen, die Frage bleibt natürlich, ja was ist denn nun, wenn im Sommer ein Verein, sagen wir mal 6 Millionen Euro für Salazar bietet, dann wäre ja Frankfurt dumm, ihn nicht vorher für die 4 Millionen Euro zurückzuholen. Richtige Einwand, aber anscheinend sieht es jetzt wirklich so aus, dass es eben diese Rückkaufoption sozusagen nicht mehr geben wird, weil sie eben Frankfurt nicht ziehen wird. Ob es da vielleicht eine Vertragsklausel gibt, dass man sie nur bis zum 1. März zieht oder Frankfurt einfach generell schon Schalke gesagt hat, wir werden sie definitiv nicht ziehen. Oder, was natürlich auch bei sowas immer eine Option ist, dass Schalke irgendwie diese Rückkaufoption abgekauft hat für eine gewisse Summe. All das könnte natürlich sein, ist Spekulation, weil natürlich auch diese ganze Sache von Schalke selber noch nicht bestätigt worden ist. Aber auch Sport 1 vermeldet jetzt, wie auch schon die Ruhr-Nachrichten, Salazar ist endgültig Spieler von Schalke. Und wenn du so eine Meldung raushaust, dann muss das natürlich schon stimmen. Und wenn du das eben so sagst, dann heißt es natürlich auch, dass es eben diese Rückkaufoption im Sommer nicht mehr geben wird, selbst wenn sich Frankfurt nochmal umentscheiden sollte. Ich habe ja auch dort mal in Fanlagern umgehört und auch da war die einvernehmliche Meinung, dass es vollkommen logisch ist, dass Frankfurt das eben auch nicht machen wird, bedingt auch dadurch, dass dann eben Salazar ein sehr hohes Gehalt beziehen würde. Auch währenddessen er dann vielleicht nur kurze Zeit da wäre, bis zu einem möglichen Weiterverkauf. Und deswegen schien es auch aus Frankfurter Fansicht vollkommen logisch zu sein, dass diese Rückkaufoption nicht gezogen wird. Da haben vielleicht wir Schalke-Fans uns mehr Gedanken drum gemacht, um einen diesen möglichen Weiterverkauf als die SGE-Fans selber. Und deswegen scheint Salazar nun endgültig Spieler von Schalke zu sein. Und ganz wichtig, das bedeutet natürlich nicht, dass er über den Sommer hinaus zu 100% bleiben wird, aber das wiederum würde zumindest das bedeuten, dass wir die komplette Oberhand hätten. Und wenn dann eben andere Vereine Salazar wollen, wir mit denen frei verhandeln können, ohne dass sich Frankfurt da nochmal einmischt. Wie gesagt, warum es jetzt diese Rückkaufoption sozusagen dann nicht mehr geben wird und inwiefern dann dieser Verzicht von Frankfurt auch wirklich vertraglich vereinbart ist, das kann ich natürlich jetzt hier nicht verifizieren. Laut Sport1 ist Salazar endgültig Spieler von Schalke. Er ist fix Schalker. Und das ist natürlich eine Meldung, die rein vertraglich für uns wichtig ist, aber natürlich auch rein sportlich eine sehr, sehr gute Neuigkeit ist. Und somit waren das die aktuellen Schalke-News des Tages. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.